Ja, rechtzeitig zum Sommerbeginn starten wir mit unserem Sommerschlussverkauf in unseren Modehäusern in Wiedenau, Braunau und in Matikoben. Und ja, bei diesen Preisen kann mir selbst ich ordentlich entschwitzen. Etwas Besonderes für Ihre Sommeroutfits finden Sie jetzt noch in großer Auswahl in unseren Wohlfühlmodehäusern. Bei uns gibt es viele Hosen von Prax und Meck für Damen und Herren ab 59 Euro. Jetzt haben wir leichte Damen-T-Shirts, Tops und Blusen in den aktuellen Verstellfarben ab 9 Euro. Für die Herren jetzt aktuell Hemden und Polos von unseren bekannten Marken um nur 19,99 Euro. Es gibt super Preise bei Jeans. Jetzt jede Herren-Levis-Jean um nur 49 Euro. Besuchen Sie auch unser Outlet in Wiedenau, jeden Donnerstag, Freitagnachmittag und Samstag von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Wir haben nochmal stark reduziert und viel neue Mode zu wirklichen Schnäppchenpreisen. Vorbeischauen, Wohlfühlen und sich den speziellen Schwung für den Sommer gönnen. Mittermeier, mein Wohlfühlmodehaus in Braunau, Matikofen, Wildenau und ab Herbst auch in der Rieder-Weberzeile. Wohlfühlmodehaus auf килom anderen